Und damit willkommen zurück zu Dongekan-Kant, mit Flash, mit Centos, der Dumpfbacke. Ahaha, und Flash hat grad voll Schiss. Von den Endgegner. Ja. Der Penis. Geil, 50%. Junge. Das geht weiter speichern. Klar. So. So. Zack, nächster Endgegner. Der nächste Justin Bieber-Boss, wo ist er? Ahaha, kenn ich gar nicht den Endgegner. Nicht? Ne. Beschissen. Vielleicht in die Tonne reinspringen? Nein. Ich glaub, du musst alle Tiere nur töten. Meinst du? Und weil das wär viel zu lame. Tschüss. Ich gönn dir aber, dass du bestürfst, da. So richtig. Fett, fett, fett. Oh, das war knapp. Warte, dass Didi nicht getroffen werden kann. Oh, das ist gemein. Das war's. Ehrlich? Das ist der geilste Gegner. Ich hatte Schiss vor dem. What the fuck? Bob. Affen-Kleinhöhle. Bob, 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 Bob. Saved hab ich auch schon. Boah, ich fühle mich so göttlich gerade in diesem Level. Ich könnte eigentlich noch paar Leben holen. Nein. Ich könnte ja paar abgeben, oder? Du hast genug Level. Leben. Erleben. Doch gesagt. Doch, hab ich gesagt. Ich muss niesen. Hab ich gesagt. Und da wirst du niemals rauskommen. Autsch. Kriegt der. Ich muss gerade richtig niesen. Musst du? Aber sowas von. Schon wieder. So wie vorhin. Tidididu. Tiptididu. Oh, ja, und da falle ich schon wieder runter. Cool. Tiptidididu. Hm-mm. Viel Leben. Läuft. Und Flash hat sich gemutet. Oh, ja. Und sogar in beides. Diesmal wieder rechtzeitig. Ich muss gerade richtig laut niesen. Das hat alles übersteuert. Ist das deren Ernst? Dass man mal safe wieder rauskommt. Ist doch geil, finde ich. Fick dich, Flash. Ganz ernsthaft. Ist doch voll geil. Ja. Doch so viel Leben. Vor allem, weil der Affe zu blöd ist, um springen. Nein, der ist nur fett. Ja, deswegen. So, zurück. Zurück habe ich gesagt. Achso. Nein. Nein, nein. Ich kann auch sagen, warum er nicht zurückgeht, weil ich den nicht... Weißt du? Na, jetzt geht's. Äh, manchmal geht's. Manchmal geht's, manchmal auch nicht. Lava, lava, lava. Lava. Spiechern. Hallo, meine Süße. Naja, aber wenigstens viel Leben wieder dazu bekommen gehabt. Wovon ich einen wieder verloren hab. Ja. Weißt du, warum? Ja, ich bin dumm. Ich weiß. Ne, du bist einfach schlecht. Und weißt du, das ist interessant. Kannst du nicht einfach den schlecht Black nennen? Fick dich. Ne, ich nenne dich nicht. Oder wie ist der Name? Blackie. Aufgetankter Ärger. Halt die Fresse. Aufgetankter Ärger steht hier. Ich mag ja nicht deswegen was sagen. Aufgetankter Ärger. Ich weiß... Och, komm. Hahaha. Wenn du das nicht schaffst. Du weißt, was es heißt, wenn ich keinen von dem Fass kriege, ne? Ja. Ich steif das Ding ab. Das gönne ich dir dann aber auch. Aber so richtig. Noch geht das. Hm. Noch. Zum Beispiel da. Ba ba ba. Ba ba ba. Am besten musst du nur vorbeispringen dann. Sicherlich. Ja. Ich weiß. Aha. Ja, toll. Das sollt ihr jetzt mal schön abstützen sollen. Nein, das... Ha. Ha. Okay. Ne, ist irgendwo der Safe. Da ist er doch. Toll. Das schlimme ist, er lädtet nur. Ah nein, ich hab's vergessen. Ha ha ha. Da muss ich mir halt riskant hier anholen. Na ja. Was tut er mit Lahn? Was? Mal ist eben was mit Lahn tut er. Na, weiß ich nicht. Und tschüss. Na scheiße. Ja. Was machst du denn Affen wieder beide? Ja. Das bringt bei dem Level aber auch mir nix. Wie ein oder zwei Affen habe. Ja. Was war da hinten eigentlich im Fass nochmal? Keine Ahnung. Probier's aus. Probier's mal. Gemütlich. Ich weiß ja nicht, Donk oder so. Oder auch nicht gemütlich sein. Oder Fass schießen. Hey. Ich das liebe. Onk ist er glaub ich, ne? Ja. Ah, das K.O. Guck mal, hast du ein Leben bekommen. Ich weiß. Ups. Top. Top, die Wette gehält. Hui. Hi, Didi. Komm, wir wechseln mal. Tschüss, Didi. Deiner Flitzer. Und danke, du Arsch. Hä, ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, aber schützt dir die gesagt, Pisser. Ich vom Runterrutschen da, die Länge rutsche da. Ja, 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 ja. Da die Hinser so meint. Ja, ja. Ja, ist ja gut. Ich sag jetzt nichts. Ist ja alles gut zu tun. Dann ist ja gut. Du freust dich doch immer, wenn ich das hier schon nicht schaffe. Ja. Tu ich auch. Geh du mir durch dir, ne? Ich weiß. Weißt du doch. Das brauch ich nicht. So, bitti, blub, 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 blub. Ja, ja. Und tschüss. Ja, wenn der ein Glück gehabt. Hui. Hui, Didi. Reifen, geh runter. Den einen hättest du doch haben müssen. Ne. Da ist einer. Reifen, geh runter. Reifen, sag wunder. Und das hat ja viel gebraucht, eben. Ich dachte da. Oho. Komm mal, war das viel. Na wie da. Ja, ich halt schon meinen Mund. Es gibt nur noch ein Ding. Boah. Ich werde immer schlimmer. Ja. Siehst du ja. BAM. 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 Ach, du stinkst. So spielst du das. BAM BAM. Erzähl, das Beispiel würde ich mir denken, machst du einfach in einem Lauf, aber du traust dich manchmal nicht. Manchmal klappt das, manchmal auch nicht. So ist das Leben halt. Ich würde in die es fast niemals reinspringen, freiwillig. Ne, ist auch nicht. Super. Boah. Summ, siebine, summ, siebine, summ, 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 summ. Ah. Fuck. Ich glaube, beim ersten, wenn du da schräg hochgeschossen hättest, wäre es egal gewesen. Ja, sag ruhig. Komm, tu mir leid. Komm, du ärgerst dich doch auch hier drüber. Voll doch. Nicht, nicht, doch nicht. Okay. Okay. Leiter Flash. Und ist doof. Dober Flash. Dober Flash. Nö. Fach. Nö. Fach. Hat heute gefehlt. Bis jetzt. Okay. Und tschüss. Och, schade. Eifen, geh weg. Du hast mich vorher schon so richtig genervt. Hättest du nicht abstürzen können, eben. Ne. Doch. Meine Hände sind so verschwitzt. Das ist schon. Ja. Ja, ich kenne das. Ich will aber, dass du abstürzt. Ja, ich stürze auch gleich ab. Tröste dich, da ich mich... Guck mal, ey. Hau jetzt schon rum. Guck mal, da gleich abstürzt. Jetzt wird das Ding schneller, ne? Das Ding wird schneller, ich kriege nur noch eine Aufladung. Und schneller wäre das auch ein bisschen, zumindest. Oh, ich musste die riskante Aufladung machen. Oh, du brauchst mich. Schwede, ey. Nein, gib bitte. Ja. Wie gemein. Und tot. Wie kann man drei Bienen da hinsetzen, einen fetten Affen benutzen und der das einfach nicht gebacken bekommt? Keine Ahnung. Du kriegst doch so süß. Oder das rutschen, ne? Du rutschst gleich wieder ab. So. Das Maul. Weil ich dieses Level nicht schaffe, schaffst du das auch nicht. Fick dich, Flash. Das ist das Gehen des ersten Levels. Fuck! Lass das erste Level gehen. Man schafft das erste Level nie. Das ist so Flash. Und am nächsten Mal schaffen das Ding, oder wie? Na klar. So wie die anderen beiden Level, die ihr in einem Durchgang geschafft habt. Ja. Deswegen, man schafft nur ein Level an besonderen Tagen. Ach so. Oder erst in der nächsten Aufnahme. Oder so, ja. Das Fass ist irrelevant. Also nicht ganz... Na na na. Na na na. Ach so, ruhig. Boopo. 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 Ich hab immer Angst. Schade. Ja, das hab ich grad auch gedacht, dass der Tschüss macht. Schade. Das ist eigentlich das geilste Fass hier an der Stelle. Boing. Das wenigstens auch mal verschwindet. Ja. Cool. Leck. Geben so ein bisschen. Kann sein. Boah, meine Hände sind so verschwitzt. Vorwiderlich. Widerlich. 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 Boing. Boing. Das schafft das ja sogar. Wow. Sogar sind beide Affen noch. Ja, die beiden Affen fliegen aber auch gleichzeitig gleich runter. Ja. Boah, das ist so gemein. Boing. Boing. Boah. Das war ja klar. Das war klar. In Ruhe. Da kommt bitte nix. Ba ba ba. Das ist doch nicht gleich geschafft, oder? Nein, komm, jetzt springst du runter. Schade. Ja. Speichern. Das Level werde ich nur einmal anspielen. Yes. Ben. Du schaffst das jetzt auch. Boom. Wie ganz ganz das ab und zu mal echt ist. Nein. Wow. Wow. Oh. Geil. Glück gehabt. Du weißt, wo du dich das hinschießt, ne? Da, wo ich runterfalle fast. Meinst du? Da vorne ist das. Das ist nicht mehr weit, dann ist das Ende, ne? Ich weiß. Bist du? Geschafft. Was, warte mal. Was hab ich gesagt? Du schaffst das Level? Nein, also nicht. What the fuck? Mein. Komm, das Level mache ich nur einmal dann. Oh. Öllevel. Immer so beliebt bei mir. Ja, ne? Ja, geil. Geil. Kriegende Reifen. Das ist doch was tolles. Klar. Kriegende Stachelreifen. Ich weiß. Mäh. Lasson. Jawohl. Lasson. Ich weiß nicht, ob er mit dem Lasson die Dinge abwenden konnte. Kannst ja probieren. Ne, will ich nicht. Kannst ja probieren. Lasson kommt, ah du Ficker. Oh, du kommst wieder her. Äh, äh. Okay, er kann die auf jeden Fall nicht abhalten. Aber er wird, glaube ich, in manchen Situationen den Arsch retten. Jetzt nicht mehr? Äh, glaube ich nicht. Ah, komm. Mann, das war schlecht. Er hat gerade ernsthaft... Aber guck mal, ey. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ernsthaft die Bahn eingesammelt. Ach, hier. Wegen dir? Ne, glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre wegen dem Reifen. Was für ein Cheater. Da muss doch irgendwas unten sein. Das schon mal nicht. Oder auch nicht. Drei Stück. Oh, ho, ho, ho. Ernsthaft? 15 Minuten? Sicherlich. Na, Fertzack. Fertzack. Fertig, Fertzack. Das war aber nicht Fertig, Fertzack. Nein. Ich wollte das gerade in einem Durchzug machen. Ach, schade. Und damit werden wir sagen, bis zum nächsten Mal bei Donkey Kong Country. Ciao, ciao. Tschüss.